ante dorn folge 13 wir sind immer noch mit emily in der mine unterwegs haben jetzt den strom für den vorsteller angesteckt angeschaltet aber irgendwas geht ja noch verdammt in die hose damit sieht es aus wie doch wenn ich da runter kommt hätte sie bestimmt da hochgekommen ich wahrscheinlich aber hier scheint ein haufen rumzuliegen oh ein tote was ist für uns eingefahren tote ich werde das so dermaßen ignorieren wird ich machen ist das keine ahnung was mir das jetzt sagen soll ich glaube müssen die einfach nicht die zwei meter 2 meter oben runter gesprungen direkt zum vorstuhl gott ja komm da hoch sieht man doch dass das eisfläche henners brille henners kaputte brille in der nähe eine stein abhang zu mine gefunden sie muss hier in der nähe abgestürzt sein da war doch schluss und rüber ach wie auch solche zeichen die eingetreten zeichen zeigen das datum von henners und beth verschwinden so wie eine so wie eine tagesstichliste jemand war hier über lange zeit also ich denke mal dass der bruder ich bin immer noch der überzeugung dass der bruder recht das ist vielleicht dass man die vorhanden wohin zuerst das war aber von bett nur ein einfaches holz kreuzen das bett name geht aber was ist mit henna die frage bleibt halt noch zu klären die frage bleibt halt noch zu klären ach hier sind wir was ist das in der kette henners angelaufenes medaillon mit einem foto der washington familie im inneren hier kann hier kann es nicht runter gefallen sein jemand muss es tief an die mine gebracht haben das ist dasselbe mit dem das in der mine gefunden wurde klingt zumindest logisch so zu sagen klingt zumindest logisch so zu sagen alter kann man schon ein bisschen erschrecken alter überhaupt nicht krank die überreste von best washington's kopf auf einer auf ihrer jacke in der mine vom körper für jede spruch kopf also ich blick noch nicht ganz durch ich bin gespannt auf jetzt ist lösungen Jetzt müssen wir rein theoretisch beim Vorstuhl sein. Nun aber. Und hoch. Oh komm schon, jetzt mal! Wo ist denn der Zucker? Nein! Oh komm, jetzt komm nicht länger. Ich hab mich nicht mehr bewegt. Shit! Shit! Komm wieder her! Anzündmädel! Oh, der rennt durch! Oh Gott! Ich hätte nichts machen sollen. Oh Gott! 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 Das geht gar nicht. Kumpel, Alter, Chris, Bro, ich bin nicht dein Bro. Wo gehen wir hin? Wohin bringt ihr mich denn? Wir sperren dich weg, Bro. Was? Damit du keine Dummheiten machst, bevor wir die Polizei rufen. Kommt schon. Ich hab gar nichts gemacht. Ist das dein Ernst, Mann? Du bist ein verdammter Mörder, du Arsch. Ich war das nicht. Michael, bitte glaub mir doch, Mann. Ich war das nicht mit Jessica. Ich glaube, das sind zwei Paar Schuhe. Hör auf, Mann, halt endlich dein Maul. Chris, hey, komm schon, Kumpel, wir sind doch Partner. Hör auf, das stimmt doch gar nicht. Na schön, spiel den Arsch. Ihr seht doch nur, was ihr sehen wollt. Ihr seid blind. Ihr seid... Alter, es ist nicht meine Schuld, dass ihr Penner keinen Spaß versteht. Oh je, hab ich dir wehgetan? Hast du jetzt irgendwo leichte Schmerzen? Das tut mir ja so sehr leid, Mann! Schluss, Mann! Scheiße, Alter! Stopp! Michael! Mike, sorry, Mann. Ich kann dir nicht sagen, wie leid es mir tut, dass Jessica etwas zugestoßen ist. Aber ich schwöre... Ich schwöre dir, ich hab keine Ahnung, was mit ihr passiert ist. Ich glaub'n. Warum kann ich ne... Denkst du wirklich, dass wir dir vertrauen? Auch nur eine verdammte Sekunde lang, nach dieser ganzen beschissenen Show? Können wir uns nicht einfach alle vertragen? Das ist doch dem hier, Spieler glaubt denn, ja. So war das alles doch überhaupt nicht geplant. Ihr seid ein Haufen Fieslinge! Ihr könnt doch nicht jemanden einfach so hier hängen lassen, Jungs. Ha? Nicht, dass... Nicht, dass ihr die Eier hättet, wirklich irgendwas Entscheidendes zu unternehmen. Ah! Au! Oh, bitte, du bist der größte Feigling überhaupt! Aha. Ich habe was getan. Ich hab euch glauben lassen. An eine Welt, die ich erschaffen hab. Und euch Seiten von euch selbst gezeigt, die ihr an euch niemals sehen wolltet. Du hast uns manipuliert. Reingelegt. Deine Freunde verletzt. Und das alles, während du dich versteckt hast. Du bist ein Feigling, Josh. Und sonst nichts. Okay, fesselt mich nur, okay! Halt still, Mann! Klar, klar, klar. Still. Weil es... Das Fesseln erschwert, wenn das Opfer sich wehrt. Josh, Mann! Lässt du mir noch ein bisschen Spielraum, ja? Was muss ich tun, damit du still bist? Nicht so stramm, okay? Nicht so stramm, okay? Ich kann's einfach nicht zappeln. Kabelbinder, die sind der Dress. Ja. In Gottes Namen, Faselkabel, bitte. Das ist kein Spielkreis. Geiselnahm ist er. Waren früher schon mal so drauf? Nein, ich habe ihn noch nie so erlebt. Oder ihr Geld zurück! Ha! 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 Ein bisschen geisteskrank ist er, ja? Das muss man ja zu... Äh, wie bitte, was sagst du da? Ich sag dir, du bist ein dummer Dummkopf. Wie bist du denn drauf? Oh, Ashley. Ashley, du wirst nicht sterben. Ich hole dich da raus. In meinen wildesten Träumen hätte ich nie gedacht, dass du mich magst. Es reicht. Kennst du dieses Geräusch nicht? Es heißt, ich küsse niemals Ashley, du Pussy! Schluss! Ja, hör mal. Überlass doch lieber Ashley unserem Mike. Ich meine, immerhin hat er ja schon ein paar Kerben im Bettpfosten, was? Er nimmt sie ran! Du bist verfickt erbärmlich, Christopher. Ich mag den Typen alle. Hör nicht auf ihn. Er ist es nicht wert. Hey, Mike. Mike, 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 Mike. Mike? Was? Was war da? Mit Jess, Mike? Du weißt, was da war. Nein? Nein, tu ich. Tu ich nicht. Ich hab ein Problem, Mike. Ich erinnere mich nicht an diesen Mord. So eine Scheiße. Ich meine, also ich denke, also daran würde ich mich sicher erinnern, weißt du? Sie ist so weich. Und bestimmt hat sie einen wirklich heißen Body. Halt dein verficktes Maul! Echt jetzt? Na was? Dachtest du, ich erschieße ihn? Keine Ahnung. Komm schon, Chris. Du solltest mich besser kennen. Ja, Chris. Du kennst mich doch auch besser. Ja. Dann gib mir nächstes Mal ein Zeichen, okay? Der Eno-Platzpatron, oder? Bekommt ihr nicht mal die böser Kopf-Guter-Kopf-Nummer auf die Reihe? Überlass das den Profis, Jungs! Geh du zurück zur Lodge. Check, ob alles okay ist. Ich bin... Das war Status-Update. Herrlichkeit, Höchstfreiheit, Ashley, Josh. Bis morgen früh, bei diesem Spinner hier. Oh, Pyjama-Party. Bestellen wir uns ne Pizza? Kommst du hier klar? Ja. Die anderen wollen sicher wissen, wie es steht. Du hast recht. Bis morgen früh. Bis morgen früh.